sondern da läuft ganz viel im Hintergrund auch an Projekten, die die Tierart eben vor Ort im natürlichen Lebensraum auch schützen soll. Ja, das sind jetzt viele Infos von mir gegeben. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben oder etwas wissen wollen, kommen Sie gerne zu mir. Heute war das die letzte Prüfung. Ich wünsche aber trotzdem noch eine schöne Respektive im Tiergarten und eine gute Heimatzeit. Nicht platt, mit einem herzlichen Tag, die Kreisung zu schätzen, aber vor allem auch nicht zu früh. Dankeschön. Vielen Dank.